Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein neues Highlight Video. Ich hatte ordentlich aufgenommen wieder Fortnite. War wirklich mega mega viel Arbeit die ganzen Highlights zusammen zu cutten. Ich hoffe es gefällt euch. Ich versuche die Videoqualität von Mal zu Mal immer zu verbessern. Das es einfach interessanter für euch wird. Natürlich ist es dann auch immer mehr Arbeit für mich. Ich hoffe es gefällt euch auf jeden Fall und ich würde mich natürlich dort auch über eine Bewertung auf dem Video freuen. Schreibt mir gerne weitere Feedback in die Kommentare und wenn ihr keine Videos verfasst wollt, würde ich mich natürlich auch riesig über ein Abo freuen. Und jetzt viel Spaß. Ich lande auf dem Drachen. Oh shit. Ich habe eine blaue Palm. Oh. Ich habe nur Munition. Ich habe nur, ich habe Minus. Achtiger Headshot. Ja, sehr gut. Schön. Unter mir ist einer. Was? Ich habe die neue Falle. Oh shit. Die ist nicht von mir. Ich habe eine blaue Palm. Wir haben beide blaue Palm. Willkommen. Die rechts von unseren Treppen frei. Nur noch 100 Holz. Rechts. Ich muss ein bisschen rechen. 20. Ne. Halte selber. Oh schade. 1660. Achtung. Ich bin ganz verflogen. Sehr ruhig. 36er auf einen von denen. 62er Headshot ein. 62er Headshot. Wo der über das Gerät saß. Ja komm runter. Ich habe Lagerfeuer und zwei Babys. Ne, bei mir sind die Gegend da. Geht nicht. Hundert da jetzt. Ab ihn. Schön. Brauchst Hilfe. Die liegt noch. Oh shit. Direkt. Oh. Ich weiß der so schnell ist der jetzt. Ach und da oben. Das sind zwei andere. Der oben hat zwei Dreifel. Den aber nicht. Ah ist der ein. Wir kommen neben uns runter. Den abg. Einer hat einen guten Shot bekommen. Schön. Einer hat einen. ich habe so gesehen du gehst darauf erst mal instant lag alter schaut euch die sohn an unten weiß ich nicht hier hinter der tür ich habe den nur so gesehen wie der da gelaufen ist auch 120 revolve shot befriedigend oh mein gott ja ja ich hätte ihn sterben gelassen für die märz jetzt hätte ich so richtig schön hier alles vollbauen können ich konnte ihn einfach nicht treffen 85er der hatte full shield ne leider nicht die eine sechs noch eins geht Habe ihn. Hallo. Komm, bitte werd richtig platziert. Alter, das ist so lächerlich mit den Traps. Wo? Hat einen ganz guten Hit. Oh, einer ist um eine Zapper Trap gelaufen. Einer ist hinten einfach um eine Zapper Trap gelaufen. Gegner, Gegner. Oh, shit. Komm her, komm her. Ich kann shopwapen. Okay. Ah, der andere kommt noch. Ist white, white, da. Hinten auch white. Oh, hab ihn. Hab den auch. Oh, nice, 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 nice. Donner's Mates? Ja. Meinen ist auch genau dann gegangen, als deine Daumen gegangen ist. Den einen möchte ich trappen. Hab den einen getrappt. Hab den anderen getrappt. Alter, das sind so geile Clips, so. Ich hab leider nicht allzu viele Metzen, sondern auf 400, so ungefähr. Oh, Gegner. Oh, Gegenseitig. Hast du einen Sniper? Hab einen 150er. Wo? Auf N, irgendwie 300 Meter entfernt. Oh, hier ist ein epischer Automat. Ich fahre vorne. Ich bin tot. Komm, ganz schnell, komm, ganz schnell. Lass. Kann ich nicht. Komm. Komm, komm. Doch, lass mal. Nein, das passt nicht. Wir brauchen ja nur einmal die Tonanhandel. Als ob der überlebt. Keine Waffe. Autosniper. Alter, ich loskope ihn auf. Doch, ich habe ihn einmal getroffen. Nein. Oh, ich bekomme Body Shot, Headshot. Ja, wusste ich auch nicht. Egal, aber der Typ, okay. Maximal Fernkampf. Maximal Fernkampf. Oh, shit. Ich bin ganz oben. Ich habe eine Schildklage. Hier, Gegner. 50er Headshot. Da sind die alle oben. Komm. Down? Okay. Hier ist direkt einer. Nein. Als ob. Ich habe den in Millisekunden früher getroffen als du. Ja. Das habe ich bei dem Kante. Low, 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 low. Low. One Shot. Elf Jump hätte ich. Low, low. Elf One Shot. Ich habe ihm noch einen Shot gegeben. Unterher. Nächster auch wieder 29er Shot. Ich habe ihn runtergeschossen. Sehr gut. Sechster Shot. Einer pusht mich. Einer pusht mich. Ich habe gepusht. Need your help. Nice. Er ist der Beste. Er hat 30 Schaden bekommen. Wow. Oh. Alter, er ist gemischt. Low bei mir. Er hat den Töte Technik. In dem Fall. Ja. Ja. Ich habe ihn. Er hat den Töte Technik. Er hat den Töte Technik. Er ist down. Der bei hier ist down. Oh shit, oh shit. Ich jump halt weg. Zu Jones. Ah, nicht zu Jones' Karte. Shit, ich hab keinen Mets mehr. Ja, 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 ja. Ja, ist ja. Das ist ein Schampo. Alter, ist doch schlecht. Wie kann man so kacke sein? Er bewegt sich und denkt, man würde ihn nicht sehen. War jetzt nicht deren Ernst, oder? Doch, es war deren absoluter Ernst. Oh! Nein! Als ob ich einfach normal zufrieden bin. Das ist keine Mets. Das ist deine Wand. Nein, war es nicht, aber egal. Nein! Der hätte es ja nicht finishen dürfen. Bei mir? Bei dir, okay. Dann auch nicht mehr. Oh no, man war lost. Der war absolut lost. Zwei dumme Eingedanke. Oh no, Jonas! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ab 33, ab 33, er ist relativ low. Ab ihn. Hab einen. Alter, der wurde so ab... Sorry, wirklich, ich hab den komplett abgestauft. Was? Hab einen down? Noch einer down? Haben wir alle? Haben wir alle? Ja, ja, ja. Oh, kitzelig. Ja, hab ich. Ey, darf ich die heavy... Warten auf den down? Ja, schön. Oh, ich hab leider keinen getroffen. Einer hat einen Snipe. Sehr gut. Ey, hinten am Reboot, wir haben 157er. Ja, Arctic Assistant, oder wie der heißt, Assistant. Da sind zwei da. Direkt bei mir. Noch ein 35er. Direkt vor mir. Ja. Ich hab halt nichts zum Baum. Ah, ich seh. Oh, ich hab ihn. Oh. Ich bin ganz stark. Ja, lass hin pushen, lass hin pushen. Nein, der ist sowieso schon komplett finished. Ey, hier. Oh, bei mir, bei mir. 100er Shot. Der ist low, der ist low. Der ist komplett one-hit. Müsste ja zumindest eigentlich sein. Noch eine. Oh, der hättest jetzt aufzusnipen können. Einer, einer wurde gekillt. Ah, nice. Ist gefinished. Zwei gegen zwei. Oh, Alter, wer da... Wer der drauf? Rip. Komm, Jonas, komm. Oben. Ja, was soll ich machen? Ohne mit. Ich hatte auch keine Mets mehr, deswegen bin ich gestorben. Junge, Lars. Lars, damit umsteht. Alter, ich konnte ihn einfach die ganze Zeit unter der Treppe nicht... ...weil das Gelände einfach geblockt hat. Ohne mit. Was soll ich da sein? Ich hab da. 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 Oh shit. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Links auch. 90er. Links. Kein Fall Damage. Der hat einfach kein Fall Damage bekommen. Doch, 14. Alter. Wirklich? Mir wurde kein einziger Fall Damage. Ich hab ihn. Boah, wenn sowas trifft. Oh shit, oh shit. Ich bin down. Doch. Boah. Der hat auch schon. Das sind wieder zwei. Jaaaaaa. Das bringt das Haufen. Nein, das geht. Hoffnung ballert. Quickscope. Den tötest du, weil den hat der nicht getötet. Joli! Du bist der Beste. Hast du aufgenommen? Ja, ne? Ja, ihr hielt. Rechts. Fuck, ich konnte nicht. Nein! Nein! Wer hat der noch?